Ein Ray Dalio, also einer der größten Hedgefonds-Manager der Welt, sagt, er hat Bitcoin, aber er sagt eben auch, Bitcoin ist super, aber wenn es erfolgreich wird, dann werden die Staaten einen Weg finden, es irgendwie zu zerstören, weil sie eben sich dieses Privileg des Gelddruckens niemals nehmen lassen werden. Bist du inzwischen so stark davon überzeugt, dass die Kombination aus Code und toxischen Plebs und Proof of Work so hart, so stark ist, dass das nicht passieren kann, dass es nicht zerstört werden kann? Ich bin sogar ziemlich überzeugt davon. Ich glaube, der Punkt ist, den haben wir bereits hinter uns gelassen. Es ist mittlerweile ein Selbstläufer, auch wenn wir noch früh dran sind. Ich glaube einfach, dass das nicht mehr aufzuhalten ist.